Jetzt ist mir auch voll. Okay. Du gibst das Kommando. 3, 2, 1. Nein. Sehr schön auch mit dem Elbengeist-Cheatsrichter, der dazwischen auf und abläuft. Und damit herzlich willkommen zurück bei Spielekings. Man muss auch mal die Spielmechaniken ausprobieren. Ja, beim Kaninchen sind wir wieder gescheitert. Kurz vor knapp. Werden wir eigentlich mal irgendwann erwähnt, weil wir die Einzigen sind, die das Spiel spielen? Ja, wahrscheinlich. Natürlich. Das ist ja auch einer meiner beiden Zuschauer. Achso. Der andere ist Rumpel oder was? Ja, der nimmt ja immer unsere konstruktive Kritik auf, um sie dann ins Spiel einzubauen. Ja, gibt zum Beispiel jetzt auch bald, da hat er mir geschrieben, einen neuen Goblin-Charakter, einen neuen Skin. Das ist Wixfix. Der hat eine andere Bewegung dann beim Dösel. Der nimmt die Hand dazu beim Wigglen. Und der hat lauter weiße Flecken auf dem Körper. Ja, der hat einen Ranger-Attack, oder? Starte mit 30 Gold. Sammle das meiste Gold. Wow, mit 30 Gold, das ist ja nix. Ne, aber wenn ich die Freischalt kriege, am Start 50, mir fehlt ja noch eine, um die Silber zu haben. Ja, dann mach du die am besten. Wo bin ich? Ja, da kann ich direkt am Start immer schon Wulzabbrust nehmen und das altes Leben retten. Geht mir aus dem Weg, weiche! Das ist so egal, weil wir jetzt sowieso den Endgegner blätten und dann ist alles vorbei. Geht mir! Ja, verpies dich! Ruhig, Mädels. Ruhig. Halt's, Maulatma! Hat mir Mühe! Das ist kein Spiel! Patch Notes. Echt? Also bei Steam steht das mir unter Games. Was? Ne, Rocket League. Das war nicht ganz klar, was er ehrlich gesagt hat. Was hat er hinne gesagt? Das ist, es kommt wirklich da, guck, dass er das immer wie gesagt hat. Nein, es kam gerade ein Pop-Up von Rocket League. Das hat alles miteinander nichts zu tun, aber schön, dass ihr euch versteht. Jetzt stand er halt grad. Wer ist dieser Cloud? Und warum wird er nicht erwähnt? Vorhin hat doch Rohir irgendwas vorgelegt. Hä? Wieso hat jemand was vorgelegt? Wir hatten was vorgelegt. Ist das eine Aufnahme dokumentiert? Wenn nicht, hat er sie nichts zu suchen. Au, warum bin ich tot? Ja, wollt ihr euch wieder nur aufs Goldrammeln konzentriert? Weil mich hier gerade die Käfer auch umbringen, Alter, wie aggro sind die denn? Ja, das geht doch krass. Zweischläge ich ja so, bei den Käfern. Wir kämpfen hier hinten mit anderen Käfer und ihr seid gar nicht hier. Bei uns ist voll entspannt gewesen. Ja, schön für euch. Ja, weil ihr ihn wieder nur looted. Hätte er mal gekämpft, so wie wir. Das ist jetzt gerade nicht die Gelegenheit, uns aufzuheben. War doch gut. Ja, wollt nur euer Gold. Oh, und er hebt den Loser zuerst auf. Nee, der, dem ich als erstes nachstreben wollte. Achso. Hi, bitte an, Alter. Alles zusammen? Sammeln! Jetzt. Was ist denn das denn? Das war witzig. Das war ein netter Versuch. Das war eine Holzarschbombe. Holzarschbombe. Du bist so hochgesprungen, oder? Da unten ist Loot. Okay. Als ob. Aber jetzt gefunden. Also ich hatte ja noch rechts und links noch Loot, wenn du willst. Ah, cool. Tag, wie man da unterspringt. Wo wir schadenliche Begebungen, ne? Durch die Scheinmauer durch. Natürlich. Ich bin Harry Potter. Ich musste mir jetzt auf jeden Fall beim Shop endlich mal ne gescheite Waffe holen. Weil das ist jetzt nix mehr hier. Dafür sind die jetzt langsam zu stark. Was hast du? Ja, das hängt aber damit zusammen, dass ich nur in dieser Kombination meine Unsichtbarkeit mit Heilung hab. Die jetzt erstmal den ersten Level wichtiger war, aber jetzt hat das keinen Wert mehr. Jetzt muss ich. Timo, wir müssen am Ende zwischen uns beiden einfach so viel Gold in uns her schenken, bis wir auf dem selben Wert sind. Nein! Was? Och, kack, Fähigkeit kommt doch her. Boah, was ich denn mit denen hab. Die sind saugut, ey. Ja, ja. Ich wollte eigentlich die Fähigkeit machen und die eindingsen, aber ich war noch nicht bereit. Och, scheiße, Minikäfer. Ach, das sind wieder die Headcrabs. Ja, 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 ja. Vorsicht, das sind die Mini-Feedcher, wenn man die Pflanzen tötet, kommen die da raus. Das sind ekelhafte Headcrabs, die hocken sich auf meinen Kopf und dann töten sie mich. Ja? Nein, sie übernehmen deinen Geist. Ich kenn das doch. Ich hab auch Half-Life gespielt, ich weiß, was die Dinger machen. Oh, das war ein geiles Spiel. Einmal heilatmen, da unten ist Echtblut. Das ist echt Loot. Was? Wo? Das ist voll das Loch im Boden. Da ist ja auch ein Loch. Oh, ich bin einfach weitergelaufen. Deswegen ist der Loot. Oh. Da ist auch noch ein Zweck. Das ist ein altes Loch im Boden. Das muss sein, bevor wir reingehen. Oder dich. Heimer. Heile heile Gänzchen. Danke. Nicht die Pilze essen. Ich bin Harry Potter. Ich bin der Mini-Krancher. Boah, so knapp. Gehst du nach dem Pilz drinnen, wenn ihr später wollt? Also wenn ihr sterbt vielleicht eventuell. Wenn ihr später wollt oder wenn ihr sterbt oder wenn ihr misst. Je nachdem, was die Situation ist. Also so wie ich fast. Alter, der Käfer hat aber eben richtig Schaden ausgeballert. Ah. Naja. Oh, nein. Hat er einer ist down? Loot, 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 loot. Ich hab eh keinen Loot. Kümmert ihr euch ruhig um diese Peanuts? Wo geht es, Timo? Ich bin Harry Potter. Du bist nur ein Mini-Krancher. Das Loot? Run! 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 Weasley! Du hast so viel mehr. Oh, oh, so ein Hemd! Ich hab 770. Alter! Dann kannst du mir ja mal 40 abgeben. Ja, ich glaub mir grad mal eine Ausrüstung, damit ich eh voll auskriegt. Jetzt hab ich noch 285 zu verschenken. Bringt jetzt eigentlich dieser komische Stab da was? Alter, 482 hat er schon eingesammelt. Nur in diesem Level. Ja. Ist der gut mit den Paprika, dieser Stab? Bringt der uns was? Ja, da kannst du heilen mit. Ja, da kannst du heilen mit. Also ich hol mir den jetzt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob wir den alle haben. Bleib wahr. Ich hab eh nicht genug Geld. Blin, blin! Wir machen doch Blin, blin! Ich schenke das mal Gold. Ich hätte mir eigentlich auch die Carrots of Doom holen können, aber ich finde Harry Potter grad so schön. Ich bin jetzt auch voll ausgestaltet, das freut sich's mir. Deswegen kann ich mein Gold vertertieren. Harry Potter Stab macht halt 70 Schaden. Das ist leider weniger als Jölzer, ne Mistgabe. Wie viel willst du noch verschenken? Also ich brauch eigentlich alles. Ja, andere haben auch noch nix. Ich bin ja voll ausgestaltet jetzt. Blin, bling, bling. Da. Blin, bling, bling. Blin, bling. Blin, bling. Blin, bling, bling. Blin, bling, bling. Blin, bling, bling. So, das war's dir, ne? Mal den jetzt ganz schnell aufgeholt mit dem Gold. Ja klar, der hat Timo gekriegt. Ach stimmt ja. Schön. 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 Ja, ich kann mir eh nix holen, was mir was bringt eigentlich auch, ne? Weißt du, nur das Money mich jetzt überholt. Du Penner Timo, du hast jetzt alle einen Penner. Hä, wir können versuchen, dass jeder auf sich selber kommt. Nein. Ja, das klappt bestimmt. Das, äh, äh, das geht am Ende beim Aufzug schon, wenn wir wollen, dass wir das Geld immer gegenseitig verschenken und dann darf halt keiner mehr, äh, äh, einnehmen. Ja, das, äh, das Maximum. Wir müssen uns einfach ans Money-Maximum treiben durch den Wechsel und dann... Aber man kann doch keine krummen Beträge schenken. Hä, wie krummen Beträge? Ja, ne, aber du kannst ja gucken, was du einsammelst. Ja. Ich häng doch immer 10. Ja. Aber wenn du... Ja, aber außerdem hast du keine 10 mehr. So, jetzt. Wer rechnet da jetzt durch? Wir, wir gehen jetzt erstmal bis zum Level Ende. Ja, genau. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich, was hab ich denn jetzt? Wurzeln. Genau, so hab ich mir das gedacht. So. Jetzt ist nichts mehr mit Selbstheilung. Jetzt muss ich ein bisschen mehr aufpassen und ein bisschen mehr Pilze essen. Wenn nötig. Oder... Das passt doch heilen? Ne, ne, im Moment geht's. Oh. Oh, den kennen wir doch. Den haben wir doch schon beim letzten Mal unsympathisch gefunden. Hä? Der war doch total billig, oder? Ja, das... Ja, das... Geht mal weg. Geht mal weg, 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 weg. Achso. Ah, Käfer! Jetzt bitte dir bei Käfers. Ich hätte jetzt aufentschießen können, aber... Ist okay. Ach, wie schon hätte der Arsch gerettet hab, du. Das ist auch ein sehr schöner Arsch. Ich kann mir das leisten, weil da hätte Frau auch mein Tape bestellt oder so. Man sucht mit. Aber man sagt doch... Ich brauch ein... Ein Heiler. Ich hab Steine. Wollt ihr nur mich der Arsch? Damit wir ihm alle schön in den Rücken schießen können. Geht mal weg von ihm. Ja, auf ihm mit Vinyl. Ja, der ist down. Atme, du... Dramonne, du... Dramonne! 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 Dann funktioniert's eh nicht. Ich muss sich leben. Geil. Ja, ich hab mir leben. Für Hilfe. Wo? Ich hab mir leben. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. noch eine pilze kann sich doch selbst heilen ja ja aber schnell schnell täuschungs manöver enttäuschungs manöver er war scheiße ich kann hier durch die lücke im stein schießen aber er schießt gegen die wand hat geliehen das ist ja lustig und ich mit ab zu duellieren ich war ausgesehen harry potter und das ist die ultimative waffe bekommen hat man ganz gläufer schenken scheiße das denn ja es gibt ein punkt ich habe ein feld ich habe ein feld ich bin da nur am weglaufen vor dem gegen ich weiß wer am ende der statistik einen punkt anführen wird eine bestimmten totes umgebung Was ist denn hier los? Nein! I just get hearted. Das ist noch ein Pilz. Hab aber Frick, das ganze Duell damit Pilzen zusammen wird zu sterben. Au! Oder so. Oh, ich bin da voll reingelaufen. Nice. Ah, geht das. Ich glaub alle Gegner zu mir. Ich hatte gerade ein Rendezvous in einer Kammer mit drei Käfern. Und ich fand's nicht gut. In der anderen Kammer waren wir, war schön. Herr Wolke! Ich hab sogar einen Arsch gerettet, aber ich hab auch gebraucht. Bevor wir weitergeben, sind wir alle wieder heilen. Vorsicht! Hirnsfresser schießt Arsch! Ich bin Harry Potter! Oh, Mages! Oh, viele Mages! Oh, sehr viele, ja. Viele Ömer! In eine Reihe! In eine Reihe! In eine Reihe! Jetzt gehen wir! Bildet eine Reihe? Ja, ich will. Wir werden in der Sinne deiner Schoße uns gleich wieder schlaufen, sich in eine Reihe zu stellen! Wieso hintereinander? Nein! Ich hab uns in den Rücken gekriegt! Oh, du, 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 du! Ja, warum bin ich denn tot? Ich hab doch grad meine Röschelne Bilde gemacht. Zu spät! Ach, ich war schon im Fliegen und dann bin ich scheinbar noch nicht unsterblich. Ja. So sieht das aus. Jetzt krieg ich Timo auf keinen Fall mehr. Ja, machen wir das jetzt nicht gleich, oder was? Einmal nicht, so im Größe steht, aber man sich feilt. Oh! Ich brauche noch ein bisschen. Da hast du auch ein Brero aus. Ich geh mal zurück an über der. Ja. Hä, warum hab ich die jetzt schon wieder? Hast du denn? Hä? Ist das... Cool. Irgendwas ist falsch bei mir. Ich hab die eben schon mal benutzt, aber da hat sie nicht funktioniert. Hast du ja auch den richtigen Knopf gedrückt? Ja. Weil er hat auch kurz die Bewegung gemacht. Ach cool, meiner hört auch gerade gar nicht mehr auf zu kämpfen. Obwohl ich die... Cool, ich kann ohne Maus... Ja. Dauerfeuer... Echt? Dauerfeuer ohne die Maus zu drücken. Ich seh's. Das ist schlecht jetzt. Ja. Von mir geht einfach ein Fall. Das ist ein Fall. Machen wir das jetzt mit dem... Warte mal. Warten wir noch nicht. So hat wieder aufgehört. Ich hab einfach nochmal drauf gedrückt und dann äh... Seid ihr noch da? Ja. Ja, komm. Hausgold raus. So, wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Du musst anfangen. Alter, wie sollen wir das denn schaffen? Das schaffst du nicht. Vergiss es doch. Doch, natürlich geht das. Du darfst halt nicht alles einsammeln, sobald du genug hast. Du musst halt den Rest liegen lassen. Ja. Ich bin jetzt noch blau und grün und so noch die wir jetzt haben. Und ich bin nicht gestorben, bin da der Team 100 Loot von mir eingesammelt. Deswegen. Das ist nicht mehr so einfach. Dass du das sagst, ist klar, weil du kriegst die Karte. Genau. Der erste Karte. Guck mal hier. Mach doch mal. Hä? Guck mal, das ist doch Einzelkram. Dann mach doch mal bitte. Ich hab's nicht genau gesehen. Jetzt hast du 727. Ja gut, der 20. Ja, jetzt sind's 20 gewesen. Ja, jetzt sind's 20 gewesen. Ja, das ist halt immer so, mal so. Dann kriegen wir ja schon hin. Ja, ich bin ja nicht du bist. Oh Gott, doch Gott. Ne, warte mal, ihr bekommt gerade keiner hin das nicht eingesammelt hat. Nein, doch. 733. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ne, 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 27. Doch. Da, hier, nix, was, bei mir ändert sich was. Bei mir, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne,... Ne, 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 ne. Ja, lass uns einen nach dem anderen auffüllen. Erstmal Hände. Ja. Ich will eine gute Idee. Wer hast du jetzt? Die haben 94. Ja, muss noch ein bisschen. Na. So, guck mal jetzt. Der blaue ist noch grüner. Jetzt noch 34. Jetzt mach nochmal einen Wurf. Okay, warte. Jetzt mach ich erstmal die anderen. Ja, der Hände muss ja sowieso jetzt selbst auch wieder abgeben. Du musst eigentlich beim niedrigsten anfangen. Ja, ich hab doch 100. Ich hab noch richtig viel. Ich hab schon wieder 400 eingesammelt eben. Ja, die hat jetzt. Wir sammeln gerade ein von euch. Wir beide mal so ein bisschen abwechselnd. Also ich stell mich mal daneben und werf mit. Aber nee, ich hab die weniger Wissen. Aber du darfst. Wir werden treffen, ja. So, ich kontrollier gerade mal. Ja, oder du gibst mir Hände. Ja, Atmer, du musst erstmal ganz viel einsammeln hier. Du hast Defizit. Du hast der Maße Defizit. Da kann ich selber auch noch werfen hier. Ich hab das gleiche und bleiben. Ich hab noch 600. So, Zwischenstand. Okay. Jetzt hat er hat mir zumindest mich langsam mal eingeholt. Bling, 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 bling. Das ist voll das Experiment. Das hat sich nicht gesagt, ich hab in den Karten gesehen. Jetzt mal gucken, wenn ich was werf, kommt da was einzelnes kleines raus, ja. Nee, nee, aber ja, also bei mir kommen sie auch. Ja, weil Hände, du brauchst auch noch genau sieben Stück. Madi, wir können uns doch direkt geben. Ja, der Hände braucht jetzt noch genau sieben Stück. Ja, warte, 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 warte. Ich kann ja mein eigenes nicht einsammeln. So, jetzt geh ich mal hier zum... Ah, das war dir der Zehn. Das war der Große. Ich hab drei zu viel jetzt, da braucht Timo gleich noch drei. Ich mach jetzt erstmal noch... Okay. Da sind jetzt einzelne Törber dabei. Wie genau kann man die denn eigentlich einsammeln? Ein einzelnes, einzelnes Goldenes ist auch wirklich nur eins. Ja. Ja, ja, genau. Ja, perfekt, Timo. Okay, das halt, genau. Das hat jetzt niemand mehr. Das hätte jetzt einfach in der Nähe vom Gold ist der Fall, sonst war ich so was. Ja, genau. Genau, ich muss eh, ich hau jetzt alles raus und dann, äh... Stimmt, ich hab schon... Na, wir dürften genug haben, um uns gegenseitig zu pushen. Du könntest jetzt eigentlich zum Timo gehen, aus der Schussbahn. Du bist ja jetzt auch quasi fertig. Okay. Ja, wie viel habt ihr denn jetzt so gesammelt? Also, ich schwit... 753. 753, genau. 753, das heißt, ich muss auch noch ein bisschen was werfen für dich. Bling, 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 bling. Wie sinnlos, wie sich gegenseitig Geld zu werfen. Könnt ihr jetzt überwachen ein bisschen, wie weit wir sind? Ich guck immer wieder zwischendurch. Damit ich... Okay, ich seit relativ 80. 7, 83. Der kann ich auf jeden Fall noch, äh, 93. Warte, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir wissen, wer, von wem das Gold hat, jetzt hier. Ja, wir können ja sowieso unser eigenes nicht einsammeln, also... Ach stimmt. Ja, gut. Das ist eigentlich ziemlich wurscht. Ja. So, du, dir muss ich noch dreimal zuwerfen. Einmal. Okay, sammel mal. Zwei. Sammeln, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal. Moment, atme, nicht mehr bewegen. Atme, stopp, nicht bewegen. Du hast jetzt... Jetzt hat 43, genau. Der braucht jetzt noch einen einzelnen. Komm zu mir, komm zu mir, bitte. Bleib ein Stück... Warte mal. Ne, werf erst mal weiter zu mir. Warte, 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 warte. Halt... Was? Was? Hier liegt drei einzeln. Genau, du sammelst einen ein. Nur einen. So, du gehst wieder. Rest hole ich mir. So, gut, ja. Und jetzt haust du, atme einfach weiter raus. Einmal, das reicht schon. Weiter? Da ist noch... Okay. Da ist ein Zehner. So, stopp. Noch drei braucht der, mal. Also, atme ganz weit weg. Drei, okay. Oh. Du musst dir gehen. Ja, außenrum. Das sind... So, dann mach ich nochmal. Kein Problem. Das sind zwei, ne? Das sind zwei, ja. Du brauchst drei, ja. Du hast 43, einen noch. Du hast ja nur eine Münze einsen, rechts. Oder soll ich nochmal werfen? Nee, nee, nee. Um Gottes Willen, nix mehr werfen. Ja. Und ab auf den Aufzug. Wenn es klappt. Am Ende kriegt keiner eine Karte. Nee, am Ende, weißt du, von der Truhe hinterm Aufzug ist ein Loot nach vorne getroppt. Ja. Jawoll. Ich mag nicht, wie das möglich ist. Genau. Genial. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hindrehen. Ich sag doch, es geht. Boah, das kannst du in Gronkh schicken. Seid schon rumpelt, der programmiert das. Ja. Gronkh ist nur Bugfinder. Ja, aber vielleicht hat er den Bug nicht gefunden. Ich mag Züge. Hast du schon das letzte Level? Ja, das ist jetzt schon ein Boss-Fight. Wir hätten uns jetzt natürlich mal heilen können hier, ne? Auch. Können wir immer noch. Können wir immer noch, ja. Du kannst auch einfach nur mich heilen und die anderen Scheiß drauf. Ihr kriegt mich nicht, ich bin der König. Und den Kerzenstab gefunden. Genau. Auch schön. Kerzenstab. Kerzenstab. So. Soll ich das so behalten? Der ist nicht gut. 66 kostet der und der kann. Die Möhren of Doom. Kleine Flamme über meinen Hauf, wer zu einem Sturm der Leben raubt. Kopfschön Schlaflied. Nachdem wir jetzt ganz kurz, ich, ja, lass ich, ich lass ich ausreden, ja. Aber ich wollte nur sagen, nachdem wir bewiesen haben, wie super wir im Team arbeiten können beim Gold verteilen, zeigen wir jetzt in der nächsten Folge, wie gut wir den Endgegnerblatt machen. Aber ich mach nochmal einen Cut vorher. Ja. Warte. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's nur im Hintergrund gehört, weil ich gerade richtig wische. Ähm, bis zu der Folge, tschüss. Tschüss. Wie wäre es, wenn ich immer versuche, die Gegner auf mich zu ziehen und die dann so stunnen und ihr dann draufballert?